hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge bug simulator 2015 und mit mir dabei sind wie immer der nexus natürlich halli hallo und als gast heute endlich mal wieder der faustus zockt ja moin moin der hat gerade sein lkw zurückgeportet und guck mal wir haben jetzt eine palette glaswolle die schwebt dafür steht die andere die eigentlich da drunter war hier die schwebt ja nicht so richtig die sitzt ja da so leicht auf der kante so jetzt schwebt sie nicht mehr kannst du diese palette hier sehen faustus ich sehe die ok das ist nämlich auch nicht immer dass alle leute die sehen ja wir hatten das zum beispiel in der vorletzten nicht so sondern davor die da haben wir ein auto gehabt was ich gesehen habe aber würde nicht und würde dann ist dann durch das auto durchgerannt nexus konnte tote autos sehen war aber jetzt kein modfahrzeug oder nein ganz normales was ganz normal ist können wir ja gleich mal gucken ob das immer noch geht weil es steht nämlich immer noch da okay so faustus lädt jetzt erneut und was war danach noch danach muss wir wieder gießen ja und wir müssen erst mal den scheiß hier wegkriegen aber ich denke die ladung war gesichert wie kann denn das sein du kannst sie trotzdem sicher obwohl die so bescheiden da draufstehen bist du sicher dass die eine da mit gesichert ist warum kannst du die noch auswählen ja ja dann musst du die anderen hinlegen hinlegen ja hinstellen hinstellen da ist scheißegal war einfach los ist auch schräg der ecke wie hier ist der boden auch schräg mir deswegen oder ja das wird eh nichts kann die immer noch auswählen einfach so los die oberste hier sieht auch nicht doch die sieht befestigt aus komisch muss ein bisschen vorsichtig fahren ja 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 will einer von euch fahren ja das nexus war wieso soll ich fahren bist du wieder weg jetzt bin ich schon drin war jetzt muss ich wieder aussteigen wieder einsteigen weißt du jetzt fein die unter hier ach so muss noch wechseln hier was ist das denn ey und drei woche rückt hast du denn sitzt da richtig nee nicht wenn die palette da oben drauf so hin und her war das stimmt nee ich glaube das ist das gar nicht gut nee das habe ich einmal gemacht aber das war im privaten spiel ach so ich darf mich ja nicht vor euch stellen die rutscht die rutscht ja egal und die wird gehalten jetzt von der gesicherten palettik wird nicht gehalten gar kein ding alle steig mal aus steig mal aus steig mal aus faustus so jetzt funktioniert besser ne ja unheimlich total gut ja komm faustus die nehmen wir so mit zwei mann zwei ecken glas wohl also dann löst mal die sicherung die ladung aber komm hier steht ein hubwagen dass den nehmen wo ist der stapler den hast du doch weggebracht oder nicht kann man die kiste wieder zurücksetzen ja wenn das gehen würde hätte ich das schon echt ist schon gemacht kann immer nur ladung befestigen ja ich auch weil er selber warum nicht gleich so er mit seinen langen fingern riecht mal was für ein spiel bei gott ich drücke schon die falsche taste hier gerade er wird die folge ist der lade den lkw auf 12 mal wie lädt man einen lkw nicht okay ich werde mich mal zur bau stelle und so ne ich war mit nexus mit so kummer organisieren können oder faustus guck mal wieder aus ja das aus wieso ne er guckt doch mal die sicherheitsgurte die ging aber ich war also manchmal ist das okay leicht leicht wieder los und jetzt alles runter alles runter jetzt hier nein spaß ich guck mal von wo müssten die beiden kommen ich werde auf jeden fall erstmal die gestelle hier wieder weg machen wir zum rettungsfahrzeug uns entgegen kommen oder wird aber im rettungsfahrzeug ist wohl besser nein eigentlich wollte ich sitze ich im kran und gucken von wo ihr kommt noch kommt ja gar keine heute schon von hof gefahren ja klar klar wir sind schon auf der autobahn immer da seid ihr echt noch nicht mal von hof gefahren was ich sitze ja noch nicht mal im fahrzeug die ladung ist ja auch noch nicht um lkw ich habe eine errungenschaft bekommen was ist denn jetzt passiert wahrscheinlich weil du die äh dingens da doch mal schnell ach die wandgestelle weg ja ja genau jetzt ist erst der nächste das ist doch so kackehalter ich brauche ich brauche ich brauche ein dingens hier leihfahrzeug hier gibt gabelstapler junge ich kann ja nur mit dem gabelstapler okay die folge ja ich kann das können wir leider nicht ändern leute tut mir echt leid aber ey wir sind ein schritt weiter naja ja so weiter geht dann brauchen wir noch fünf folgen wir sind eigentlich jetzt weiter zurück als äh als ihr eben angefangen habt die aufnahme zu starten aber eben war nur eben war nur eine palette vom wagen runter jetzt sind es zwei ja die zweite ist jetzt ja auch gleich schon wieder drauf ne wo ist der da zurück in die vergangenheit zurück zur ladungssicherung bis zur unendlichkeit und noch viel spannwurtiger so du mal jenen die kann ich gerade gar nicht hier brauchen wieso was willst du machen ich muss die ein bisschen anders versetzen damit die dazwischen passt ach so okay ja damit die auf der erde steht direkt sensationell leute hier wird einmal gewohnt spaß für die ganze familie ja oder so kannst du die jetzt nicht auf die andere stellen und dann bei der gleichzeit nein will ich gar nicht versuchen sonst muss ich die gleich wieder runter dann hab ich keinen bock zu ey das machen die bei hagebaumarkt auch immer ja hagebaumarkt das ist für mich kein baumarkt also naja wir gehören zur gruppe von hagebaum ich würde mich schämen eigentlich arbeite ich für eine spedition aber wir fahren für die halt na na is it denn so jetzt aber alles fest ja ist gesichert alter ist gesichert alter ich fahr mit dem stabler hinterher gib ihn ja mach das besser bevor man runter fällt los glumann da weil die eine da eine da hinten da die da oben steht ist ja auch nicht so doch das würde nie im leben so klar gehen ne nur mit spanngürten auf jeden fall nicht und so wie der mongo fährt jetzt wäre schon alles weg ja so wie ihr das geladen habt ist auch kein wunder war gut ich hab nicht gesagt sehr gut es war gut auch gut ja affengeil war das der versuch war da also die motivation war da ja klar was denn was denn was denn was denn was denn zwei stück eher was zwei das war nur einer ne bei mir sind zwei umgefallen bei mir war es nur war wieder nur einer ach ich liebe dieses spiel oh my goodness 30er zone ja ja ich fahr doch nicht drei ich fahr doch nicht 30 habe ich doch jetzt so ne besuch mal dreimal 30 zu fangen ja ja warte warte jetzt ich kann auch noch schneller warte 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 guck mal um da hinten kommen sie angerast viermal 30 na das krieg ich da nicht hin krieg da krieg da einen einsch evitar bäm instant steht da und schon fängt der wieder an zu springen tot 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 Allah also jung alter ist das unnormal tot 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 toticitermin ich schneide gleich das Stück aus dem Bild ist jetzt gleich nachher noch schon gucken so kurz bist auf ach dahin müssen er kommt mich doch vielleicht sogar mit meinem Kränchen dran ich glaube nicht oder ich glaube schon ich glaube nicht ich kriege ich ihn müssen jetzt noch hin ich war die Zeit hier und her er musste ganz nach oben oder was ja ja nicht ganz nach oben einen Einfuhr kannst du die Ladung mal entsichern nö so ist er entsichert was hast du denn jetzt hat er die unterste Palette angehoben das ist auch ein Vogel aber die bleibt drauf liegen die oberste ich habe es schon mal geschafft die unterste anzuheben und gleichzeitig beide hochzustellen das habe ich auch schon mal gehabt sogar erfolgreich absetzen können dieser tolle Cheater ja und Nexus und ich hatten das so dass wir mit dem Pritschenwagen das sollten wir am Boden abladen ja 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 wir sind mit dem Pritschenwagen einfach in das Viereck gefahren und dann war zack alles da und fertig abgeladen wir mussten das gar nicht selber machen das war genial ey ja das war der geilste Abladebug den es gibt aber danach wieder versucht ging nicht ja doch einmal ging es ja noch aber dann irgendwie nicht mehr komischerweise also das haben die bestimmt gesehen die Entwickler und haben gesagt nee das machen wir denen nicht mehr so leicht ja wäre mal geil wenn die immer so ein 2016er 2017er Teil da mal raushauen würden für ne ja das wäre echt korrekt also wäre mir schon ja würde ich auch cool finden wäre mir schon gesagt wie wie detailreif dieses Spiel ist ne Zigarettenautomaten wo du richtig die die Marken schon fast siehst ne ja oder eben ja nicht ganz aber ja aber du siehst so ansatzweise weißt du das meine ich jetzt so ne oder hier worauf du achtest ja da haben wir einmal wir haben uns eine Folge lang echt die Stadt mal angeguckt richtig die Müllcontainer die Altkleidercontainer die Zigarettenautomaten die Bushaltestellen das sind richtige Fahrpläne und so kannst zwar auch nicht lesen aber du siehst auf jeden Fall dass es ein Busfahrplan ist ja okay nimm du bitte die weiße ja okay weil sonst komm ich da nicht dran da durch dich durch hast du gesehen? ja das ist das Anti-Knoten-Plugin ja das ist ein Mod alter ja oder Mod genau oh wir ziehen die Palette durchs Haus Mod oh nein guck mal wo die hinfliegen ey du bist so ein Idiot hä wieso was ist denn los? hast du das nicht gesehen? nö die ist ja runtergeflogen die liegt vor deinem Kran ja genau hau ab jetzt nimm die da vor deinem Kran kriegst du die weiße da ab? ja die krieg ich hoffentlich kommt der überhaupt ran mit seinem Kran na ja ich komm überall ran jo ja ja und gleich ey scheiße komm ich nicht ran wenn er den Bauch anhebt ey Alter was soll das denn heißen? das beste Werkzeug hängt immer unter dem Vordach Alter ja so und danach muss gegossen werden ne? ja genau ja die Blumen ja die auch dann hole ich schon mal den Gießkannenwagen ja das solltest du aber noch nicht hier drauf stellen weil wir hatten es auch schon dass damals die Fahrzeuge zuhause sind wie da fehlt irgendwas? ja die eine Palette steht nicht richtig in dem Quadrat drin ne? ne da fehlt alles ey er sagt hier dass hier drei dreimal kleine Ziegelsteine habt ihr kleine oder große gekauft? kleine? brauchst du das gekauft? ich bin mir hundertpro sicher dass ich kleine gekauft hab nein das ist das nicht für dann nein die klappen können in Beton du hast den Dingens gekauft nein doch warte ich kann gucken ich kann gucken was das ist Warnlager äh kleine Ziegelsteine Ton sind das sind doch die richtigen oder? nein Beton ach Beton hätte ich holen müssen ja du bist ja aber schuld wenn du den Lehrling mitnimmst ehrlich ey schlimm hier mit den ja da kriegt man immer nur einen Hunder dafür ey echt? ja naja vielleicht bezahlen wir jetzt ja auch nur einen Hunderter ey das ist sogar gelb hinter Lichtfaust alter ach ne das war ja aber jetzt jetzt erst ja 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 da hab ich jetzt auch gerade dran gedacht genau genau deswegen ich kann grad sagen ist ja gut guck mal dass ich gleich aufrechte ähm ich hab die Ziegelsteine die wir hier hatten aufs Firmengelände gesetzt weil wenn wir da eh nur einen Hunder dafür kriegen können wir auch ein bisschen Deko auf dem Firmengelände haben oder? ja sieht ein bisschen firmenmäßiger aus ne? ja ist eh alles so extrem sauber ne? die Fahrzeuge werden gar nicht dreckig oder so das ist weil Wöldern andauern damit in die Waschanlage fährt hier ja genau das ist halt Chef weiß er ja da komm ich immer an der Reeperbahn vorbei da hält er dann auch nochmal kurz den Rüssel rein ja und tanken ne? da ist ja die eine da ist ja die eine Tankstelle das hast du mir hier schon wieder gedacht ja ja ich weiß ja nicht ja ja gut wir werden die Folge ist ja sowieso am Ende wir werden uns die Ziegelsteine besorgen und ich denke mal dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder wo wir denn endlich mal zum nächsten Schritt übergehen vielleicht haben wir ja Glück und schaffen die Kiste hier komplett hochzuziehen in der nächsten Folge ich bin optimistisch muss ich sagen da stehst du aber alleine da ja tolle Wurst die die äh die Kanal links du den beiden anderen also naja eigentlich nur dir zu zu Nexus bei bei Faustus ist halt der Twitch Link äh stehen bei mir unten in der Videobeschreibung das auch jedes Mal natürlich lasst gerne mal einen Daumen da oder so wenn ihr möchtet wir sind raus und sehen uns beim nächsten Mal Tschüss Tschüss das auch die